Wir kriegen die Chemiearbeit raus. Wieder eine 5, war ja nicht anders zu erwarten. Meine Eltern werden mich umbringen. 1914 bis 1918. Es ist 3 Uhr nachts, lernst du das vor immer noch? Ja, Mom, ich hab diese Woche drei Klausuren, ich schaff das sonst nicht. Ich kann einfach nicht schlafen, mein Kopf ist so voll. Verdammt, ich hab die Mathehausaufgabe vergessen. Du wirst einfach nie etwas erreichen, wenn du so weitermachst. Tut mir leid, ich musste gestern noch meiner Oma helfen, sie ist krank. Keine Ausreden, du musst eben beides schaffen, sonst sehen wir uns bald bei McDonalds an der Kasse. In diesem Brief von der Schule steht, dass du sitzen bleibst. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Dad, ich pack das gerade irgendwie alles nicht mehr. Das kann doch nicht dein Ernst sein, geh mir aus den Augen. Vielleicht kann ich dann einfach mal alles vergessen.